Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Trade. Mein Gegner heute ist der Baloui und... Hey! Euch hat dieser Spielmodus extrem gut gefallen, deswegen machen wir das einfach nochmal, Freunde. 3, 2, 1, go Baloui! Nee, du ziehst mein Zeug. Ich brauche euch. Dia, Gold, Kohle. Kohle ist nett. Ich kriege gerade extrem krasses Zeug. Nicht? Ich weiß ja, was für Preise ich eingestellt habe und es eskaliert komplett. Möchtest du Sticks haben, Basti? Nee, ich brauche keine Sticks, Baloui. Aber ich habe jetzt gerade selber Sticks bekommen. So, ich brauche keine Diamanten. Oh, schade. Hätte ja funktionieren können. Gibt es für Kohle irgendwas? Nee. Warum nicht? Hast du absolut nichts? Naja, das habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Also, ich habe keine Netastar oder so. Ich hätte Sticks, wenn du möchtest. Ich habe doch auch Sticks. Ah, warte mal. Ich habe hier eine Kiste. Wozu habe ich eine Kiste? Du hast einen Ofen. Darf ich den benutzen? Nö. Meiner. Hallo. Ich glaube, es geht los. So, dann machen wir... Dafür habe ich eine Spitzsacke. Das ist toll, dass du eine Spitzsacke hast, Baloui. Ich bin so glücklich. Hast du, jetzt mal ohne Scheiß, hast du gewusst, dass du im Singleplayer, dass du in Vanilla Minecraft hingehen kannst und ein Smaragderz in den Ofen machen kannst und es dann zu einem Smaragderz wirst? Äh, zu einem Smaragd wird? Nein, aber warum sollte ich das tun, wenn ich doch das auch abbauen kann? Nein, ich wusste nicht, dass das in Vanilla Minecraft geht, dass du einen Smaragderzblock einschmelzen kannst. Ne, das ist mir auch neu. Ja, das ist mir absolut neu. Meine ganzen Kommentare waren voll, doch, das geht, das geht, das geht. Ja, aber wofür brauchst du das denn? Warum solltest du das denn einschmelzen? Das, ja, eben, also, deswegen wusste ich es ja nicht, weil man es nicht braucht, Baloui. Gibt es hier irgendwo Koppelstorn, was ich abbauen kann mit meiner Spitzhacke? Nee. Fies, also habe ich keinen Ofen. Nee. Dann gehe ich jetzt einkaufen, tschüss. Ja, gehe einkaufen, viel Spaß, Baloui. Geh, rede ich nicht mehr. Warte, was, warum? Nix, nur so. Lucky Kaufphase. Äh, Arnold hast du gesagt, ne? Ja, der Arnold, der Arnold gibt uns heute den guten Stoff, Baloui. Oh, was hast du denn da eigentlich? Gucken wir erstmal, wir haben Preston-Blöcke, Ghost-Blöcke, Creeper, YouTube, Crystal, Unicorn, Inka und Shade. Shade natürlich nur für die teuersten Sachen. Ja. Jo, eroberst du hier, übertreib halt direkt ein bisschen. Was wollen wir denn heute? Ähm, ich kenne diese Crystal, ich weiß wieder nicht, was die Crystal machen. Ich habe keine Diamanten, ja. Warte mal, ich mache jetzt mal so ein bisschen davon. Alter, ich habe so viele, so viele Lucky Blocks. Nicht böse sein. Also ich habe extrem viele. Oh, die waren gut. So, dann machen wir noch hier welche. Ähm. Dann machen wir noch da welche. Weißt du, was waren denn in den Unicorn drin? Einhorn-Sachen, Slash, hab. Du kannst mich mal gerne haben, Einhorn-Sachen. Ja, doch. Einhorn-Sachen, Baloui. Was denkst du denn? Warte mal, ich muss nicht. Du hast die Presence natürlich super billig gemacht, ne? Ja, da habe ich jetzt einen Batzen von. Ja, eben. Das meine ich ja. Also ich mache die ja nach dem, ähm, wie heißt es? Zufall? Nicht nach dem Zufall, nach der Qualität sind die Preise. Und das heißt, die Schlechten sind die Billigsten. So in etwa. Also verhältnismäßig Schlechtesten. Ah. Slash Kill. Ich setze mein Spamper da hinten hin. Ach, du bist hier. Tschüss. Tschüss. So. Oh, was passiert hier? Okay, also ich habe auf jeden Fall einen Batzen an Blöcken. Warum findest du die Presence so schlecht? Sind die schlecht? Nein, nein, nein. Nur im Verhältnis gesehen. Im Verhältnis gesehen. Okay. Weißt du? Also die sind absolut nicht schlecht. Aber im Vergleich einfach. Gibt es aus den anderen Blöcken einfach bessere. Cooles Zeug. Wenn ich jetzt neue Emeralds kriege, darf ich doch mal einkaufen gehen? Nein, darfst du nicht. Du darfst nur mit dem Stuff, den du aus den Trade-Blocks gekriegt hast. Oh, verdammt. Black 2. Wofür waren die gut? Ah, sehr cool. Oh, nee. Ach, dafür. Ja, ja, alles gut. Okay. Ach, dafür. Ja, ich muss dir erstmal ein bisschen überlegen, was wir damals bei Skyblock so Lucky Sky World hatten, wofür was war. Ich habe mir keinen Backpack gegeben. Hast du dir eins gegeben? Ja. Fies. Ich denke da immer dran. Oh, geil. Oh, besser kann es nicht laufen, Leute, gerade. Den Stuff machen wir jetzt erstmal hier rein. Dann gehe ich mir eben eins geben. So. Oh, Baloo, ich habe gerade geilen Stuff am Start. Ja, ich bin jetzt auch nicht gerade ganz so unzufrieden bisher mit dem, was ich gekriegt habe. Könnte noch ein bisschen was besser sein, aber wird noch, wird noch. Wart es mal ab. So. Warte mal, dann werfen wir das mal weg. Und das machen wir mal so und so. So, zack. Perfekt, okay. Änder Pearls. Das ist doch schon mal schön. Hä? Yo, geil. Okay, Baloo ist bei mir. Oh mein Gott. Soll ich mich jetzt schon ärgern oder erst später? Alter, ah, Leute. Nee, die, eigentlich darf ich. Ich habe ganz viele Lucky Blocks gekriegt, Baloo. Eigentlich darf ich die nicht benutzen, oder? Ja, es kommt nur dran an, wie lange du die Folge strecken willst, wenn du die auch noch alle öffnen willst. Ja, das ist halt der Unterschied, ne? Also, ich könnte die Folge in so ein endliche strecken, sozusagen. Aber Baloo, das, ich will es nicht über 2. Bis Weihnachten sind wir dann nicht fertig. So, machen wir das jetzt erstmal weg. Was macht das Ding? Wo ist das? Ich weiß es nicht. Na egal, öffnen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, ein Killer Bunny. Oh, 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 Baloo. Wie, denk nach, du hast das... Hast du dir grasses Zeug machen können? Nein. Oder kaufen können? Nein, nein. Alles gut. Oh, warte, wir nehmen die da. Ja, geil, ich habe gewonnen. Warum? Wirst du dann sehen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, du hast gewonnen, wenn du mir nicht erklären kannst, warum. Ich erkläre es dir, wenn es so weit ist, Mann. Hast du Eliminati-Zeug gefunden? Nein. Na, das ist ja gut. Aber ich habe gewonnen. Also hast du Gas oder sowas, um mich zu töten. Nein. Okay. Ich habe safe gewonnen. Du kannst nicht... Oh Mann, in meinen Inka-Blöcken war halt nichts drin. Also wirklich, nur Rotze. Habe ich irgendwas vergessen? Au. Oh, oh, oh. Haben wir irgendwo... Nein, haben wir nicht. Ich kann halt absolut nichts zerstören. Okay, das ist nicht gut. So, Alter. Leute, ich muss jetzt mal hier erstmal ein bisschen was loswerden. Zack, zack, zack. Das ist okay, Anis. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Ich habe noch die beiden, die Ghost. Nee. So. Was ist das? Knockback C. Nee, das ist mir auch egal. Äh, das ist ja egal. Ach so, ich habe ja noch YouTube-Blöcke. Ach du Scheiße, warte mal. Gucken wir uns den erst noch an. Ach, das ist ein Abflug. Da gibt mir halt noch Stärke dazu, theoretisch. Aber ohne. Scheiße, scheiße. Wir behalten den. So. Ja, was geht ab, Alter? Was geht? Oh mein Gott, Leute. Schrott. So, OP war ich schon ewig nicht mehr. Ey, jetzt hör doch mal auf. Jetzt hör doch mal auf, OP zu sein. Das ist fies, ja. Oh mal, Louis, du tust mir wieder mal so leid, ne? Äh, ich denke nicht. Ich denke schon. Jetzt habe ich dir gespawnt. Alter, es ist zu krass einfach. Okay, das brauche ich nicht. Warte mal. Mist. Hast du Inka-Lucky-Blocks? Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, da kam nur Rotze raus. Da kam das beste Zeug raus. Also ich habe da mein bestes Zeug raus. Wolltest du nur gesagt haben. Ja, danke schön für die Info. Nächstes Mal wählst du die für dich. Was? Nix, was? Wie, nix, was? Oh, nee, wir behalten logischerweise. Au, 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 au. Was ist das da für eine? Ah, den brauche ich nicht. So, ich meine, ich könnte das ganze Zeug jetzt hier noch aufwerten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, zack. Ähm. Oh, was geht, Balou, ich kann, ja, du kannst eigentlich aufgeben, ne? Basti, tu ich aber nicht. So schnell wirst du mich nicht los. Wie, du gibst nicht auf. Nein. Das hast du schon so oft gesagt. Du musst aufgeben, sonst hast du verloren. Ne, wenn ich jetzt aufgeben würde, hätte ich verloren. Das hast du richtig erkannt. Aber ein wahrer Baloui gibt nicht auf. Ein wahrer Baloui gibt nicht auf. Genau. Das sind weise Worte, mein Freund. Ich weiß. Das sind weise Worte. Deswegen hast du ja auch mich. Ich weiß nicht, ob ich das hier behalten sollte. Weil das gibt mir halt fullest Dingsbums. Das heißt, er kann mich nicht zerstören. Das heißt, ich bin unkaputtbar. Wenn du wieder unzötbar bist, ne, dann hau ich dich. Dann rede ich nicht mehr mit dir. Ich glaub nicht mal, dass du mich hauen kannst. Voll fies, ne? Ja, was hast du denn? Sag doch mal. Es ist eine Überraschung, Baloui. Ich hasse Überraschungen. Ich weiß. Und ich hasse dich. Was? Ich weiß. Ich bin Mati. Also die Preston-Blöcke, Leute, öffne ich jetzt nicht mehr. Ich öffne jetzt nur noch die, die ich hab. Weil ich hab davon noch 32 Stück. Und das Zeug brauch ich einfach definitiv nicht. Na? Falls. Einfach unnötig, wenn ich das mache. Sagt er am Stab gleich gegen Baloui. Ähm. Ich denke nicht da. Hast du so krasses Zeug gekriegt? Ich hab das OP-Zeug des Todes, Alter. Warum? Weil ich einfach klug eingekauft hab. Ja, eigentlich konnte man da nicht so klug und so dumm einkaufen. Ja, ich hab einfach nur das eingekauft, was ich halt hatte. Ja, ich auch nur. Was soll ich denn auch anders machen? Was will denn da anders machen? Scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Alles gut. Ja, Basti, also ich könnte jetzt noch 28 Millionen Preston-Blöcke öffnen oder wir lassen es einfach dabei. Das liegt an dir. Ich glaube nicht, dass da irgendwas cooles noch drin ist. Wie willst du es machen? Ja, wenn die eh die schlechtesten sind und ich glaube halt nicht, dass ich noch was viel besseres finde. Muss man ja mal fairerweise so sagen. Vor allem, wenn hier die ganze Zeit immer in irgendeine Lava oder so eine Kacke bei rumkommt. Oh mein Gott, ey, das ist so krass, was ich hier für stuffed bekommen hab. So, okay. Ich bin in der Lava. Ich glaube, das nützt nix. Ich geh ins Deathmatch, ne? Ja, ins Deathmatch gehen. Autsch, Autsch, ich brenne immer noch. So, ich setze hier mein Spawnpunkt. Slash Spawnpoint. Warte, ich muss erstmal irgendwie wegkommen. Das auf eins setzen, das auf zwei, das auf drei, das auf vier, das auf drücken. Ah, hier ist mein Spawnpoint, so. Spawnpoint. Ähm, Alter. Okay, das auf eins. So, ich muss kurz nen Schluck trinken, Baloui. Das auf zwei und das auf drei. Wollen wir diese Sachen hier was helfen? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Keine Ahnung. Es wird lustig werden. Es wird, ich denke mal, extrem lustig werden. Gut, Basti, also von mir aus, ähm, erste Runde. Okay, dann würde ich sagen, hab ich Spawnpunkt gesetzt. Ja, okay, dann Baloui würde ich sagen, drei, zwei, eins, go. Du kannst fliegen, habe ich schon gehört. Wie hast du gehört? Ja, du hast doppelt die Leertaste gedrückt. Nee. Fliegen ist schon mal nicht fair, Basti. Fliegen ist, ist OP und ist unfair. Was hast du da? Wo bist du denn jetzt hin? Jo, ist klar. Das Gottswort hat dich zerperstet. Okay, Slash. Nein. Das ist okay. So. Ja, wow. Wenn mich das schon one-hitted. Okay, bist du bereit, Baloui? Nein. 3, 2, 1, go. Ich denke nicht, dass ich dann überhaupt eine Chance habe. Ja, das ist halt auch so. Wenn du schon eine Wache warst, die mich one-hitted, ich dachte, ich würde wenigstens ein bisschen was aushalten. Komm mal da runter, ich will was ausprobieren. Nö. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Was hast du bekommen für Effekte? Ja, okay, Baloui, schlag mich doch. Komm. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich stehe direkt vor dir jetzt. Macht das irgendeinen Effekt auf dich? Nö. Töt dich das? Ah, Baloui. Ah. Töt dich das? Ah. Okay. Ah, das kitzelt. Ah. Okay, töt dich. Ah, Baloui, du juckst mich. Ah, nein, ich meine, du kratzt mich. Hast du so viele Inka-Blöcke? Ich habe zwei gehabt. Ah. Ja, und ich habe die ganze aufgewertet mit Diamant-Blöcken. Ah. Ja, dann mach es, bring es zu einem Ende. Ich denke, du hast es gewonnen. Ich denke auch. Gut, Basti, wenn du so OP-es Zeug kriegst. Ja, das mit dem Aufwerten muss ich mir fürs nächste Mal merken. Ich habe die welche aufgewertet, aber nur die Preston. Alter! Du Arsch, du bist so ein Arsch, Alter. Ja, das hilft ja nicht, ich kriege dich damit trotzdem nicht tot. Ah, ich kann mich nicht bewegen, Baloui. Hier, trink das. Vielleicht hilft es. Alter. Hauptsache, Basti rastet ein bisschen. Wo bist du? Okay. Hab ich gekillt. GG. Okay, Leute. Das war hart. So eine krasse OP-Runde hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Deswegen würde ich einfach sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und schaut auf jeden Fall bei Baloui vorbei. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.